Zwei, drei, Hatterfreude! Jetzt alle, genau, dann die Hände umlassen, schön blitzen, damit es aussieht, weil wir wahnsinnig Spaß, das ist wie bei Stefan Raab auch, wahnsinnig Spaß, das ist, äh, ja, Alfred Jünger hier, so eine Show ist, so einen Spaß hat man da auch, ja, wie bei Dorfer und Harder, da hat man richtig Spaß, das machen wir doch einmal, pass auf, eins, zwei, drei, Hatterfreude! Habt ihr das drauf? So, vielen Dank, jetzt ist wieder unsere Show, tschüss. Großen Applaus bitte für die beiden. Applaus